Hallo und herzlich willkommen YouTube bei einer weiteren Video auf meinem KXC News LP. Wir spielen eine Runde League of Legends mit dem Timon und Lucian, der neue Charakter ist jetzt free to play. Und ich hab den auf meinem privaten Account schon gekauft und hab mich da richtig gefreut, dass der free to play ist. Und mit dem möchte ich heute mal spielen und euch zeigen, wie man mit Lucian abkackt. Bevor ich wieder zu viel über Lucian habe, der Timon ist auch mit dabei, wie gerade gesagt. Und er spielt Riven im Jungle, im Jungle. Ja, 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 sorry. Warum kommt Jax nicht? Lucian, du sollst Bot gehen von Jax. No, kannst du knicken. Wenn überhaupt, ich gehe Top. Kannst du knicken, ich gehe Top, auch wenn ADC eigentlich auf Bot spielt. Ich hab das jetzt ausprobiert und... Sag mal, deine Tessatur ist voll laut. Ich hab das jetzt ein bisschen ausprobiert mit Lucian Top und Lucian Bot und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme mit Lucian auf Top viel besser klar als auf Bot. Weil der auf Top einfach voll OP ist. Losing you are alone top, oh, but why? Please answer me that fucking question, I hate you, I hate you all. Katharina gegen Katharina, es wird so lustig. Der deutsche Führer, das kann ich so nicht acceptieren. Wahrscheinlich killen die sich genau bei die gleichzeitig mit ihrer Ulti, das wäre mal so übelgell. Katharina auch Katharina? Ja, ja, das wäre schon toll, du, da hätte ich mich, würde ich mich richtig freuen, wenn man so sieht, dass ich es gegenseitig bin. Warum kann man die Ulti nicht eigentlich auf Level 1 skillen, das wäre cool. Die Minion, take them an, ma. Schnee, es wäre auch nicht cool, das wäre eigentlich cool. Oh fuck, ich hab als erstes, ich hab falsch gespielt, ich muss als erstes eh. Für Schild, scheiß, ich bin so dumm. Oh, ich spiel gegen Riven, komm doch mit mir top. Riven spielt ja auch top. Ich lasse aber mit Riven gegen Riven. Mein Gott, ich bin so dumm, ich hab mein eh nicht gespielt, ich hab mein Kugel gespielt, alter. Muss ich gleich recallen, alter, ich blöd, man. Ich sag's oft, alter, alter. Du blöd, man ey. Ich blöd, ja. Ähm, und Jack stirbt gegen Shogath. Shogath anfangs voll süß und klein, das find ich voll niedlich. Ja, das stimmt, da ist so ein kleiner süßer Bubi, ne? Na, Romo. So, ich hab jetzt zwei, jetzt krieg ich meine Kugel, endlich. Meine Kugel, ich aus dem Anfang, ich muss erst meine E-Skillen. Was gehst du denn bei Lucian als erstes? Ich geh bei Lucian immer als erstes meine E, damit, falls ich starkgegner habe, ganz schnell wieder zurück kann. Achso, W ist dieses komische Kreuz, oder? Ja, W ist das Kreuz, das ist eigentlich voll OP. Ja, mit dem ich heute gespielt habe, der spielt immer mit W am Anfang. Ne, das ist eigentlich voll unnötig. Ein Set ist einfach im Early-Gerals-OP mit Lucian erst recht zusammen, das geht so ab. Lucian ist im Early-Gerals überhaupt nicht OP, Lucian ist im Early-Gerals-OP richtig schwer. Ja, aber Lucian kann ihn gut supporten dann mit der Dings. Mit der, White schon, mit dieser einen W da. Ja. Fokus on Twitch. Ja, die mit Twitch wirklich fokussend, weil sonst hat man verkackt, wenn man Twitch nicht fokussend. Boah, ich glaube, Riven wird diese Lane voll verkacken, weil ich hab die jetzt schon auf ein Drittel live runtergezogen und ich hab nur drei Viertel live. Nein, ich ruf bei dir. Lauf richtig krass, ne? Na, du bist schon der drei, scheiß ich muss aufholen. Ne, 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 ne. Meine erste Jungle-Runde war so geil, einfach mit Riven einfach mal so. Ähm, Level 18, alle anderen aus uns waren noch 15 und 14 und das ging ja schon auch. Alter, ich glaube, oh mein Gott. Lass mich in Ruhe, fick dich. Oh mein Gott, das ist so schlecht, ey. Alter, warum fokuss mich denn der Tower? Da waren doch 50.000 andere. Das geht ja mal voll nicht, ey. Vielleicht bei Google. Ich frage Chris, was denn? Der hat, alter Scheiße. Fick dich, fick dich. Stirb, Riven. Nein, will nicht sterben. Nicht meine gegnerische. Nein, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, nicht, dass ich Tower-Teife. Oh, das ist auch knapp hier. Ne, 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 Riven, lass mich schön in Ruhe, du, das kannst du vergessen. Ne, ne, das akzeptiere ich so nicht. Ey, ich bin tot, nein, ich bin nicht tot. Oh mein Gott, alter, ich... Ey, das war so, ne, so ein bisschen so riskant und so. Oh, Katz, die da kann ja gar nichts auf der Mitte, was macht denn die? Was kaufe ich mir denn jetzt? Äh, äh... Ja... Ja, man ist Katz in Level 4. Hallo, ich geh mit. Hat die, ehrlich, Violet dabei? Watt, watt, watt. Oh mein Gott. Der hat Riven, hat die Überleben dabei. Alter, was hab ich denn? Was ist denn das? Und die hat Hellsehen dabei, okay? Ach, du Scheiße. Ich muss unbedingt... Hey, der Spiel den niemand dabei hat, außer die. Ich muss unbedingt Beschwerer Level 6 werden, weil erst dann hab ich dieses komische, was dir extra Leben gibt. Ne, was bei, ich bin im Moment Level 5, 5, 6. Ach du, Armer, weil es gut ist, weil mit mir Spielspielst du. Hey, der ist auch schon gelangt, ich hab noch ein Level 15er. Stier. Ey, das ist unfair. Das ist voll fies, ey. Ja, ich fehl' gerade hier voll beim Spielen. Ich muss das Last-Hitten langsam mal lernen. Ja, das ist mit Fernkämpfern relativ leicht. Das ist eigentlich auch... Was? Wie schlecht ist denn Katz? Ja, ich kann dir jetzt nicht helfen. Hey, du kannst es selber machen. Oh, irgendjemand anders muss mitgehen, ehrlich. Ich kann das nicht. Ehrlich, wer spielt mit Katharina, kann nicht auf Mitte. So, als komplett hier. Ehrlich, ich muss mein Mana-Haushalt hier ein bisschen aufpassen. Na, ich hab keine Mana, aber ich sterbe auch trotzdem. Ja, ich hab 107 Mana und das ist einfach voll wenig. Weil ich das ja aufskillere. Oh ja, ich sterbe gerade, weil ich nicht aufgepasst hab. Jo, ich hab nicht aufgepasst. Ich hab keine Mana mehr. Alter, ich muss aufpassen. Ich muss ernsthaft aufpassen. Und ist Kata schon zweimal gestorben? Oh mein Gott! Die ist Level 4 und ist schon zweimal gestorben. Wie kriegt man das hin? Kann ja nicht mal ich. Die ist so dumm, ey. Ich muss mal backporten. Ich hoffe übrigens, das passt so mehr in Sound-Einstellungen und so. Dass er nicht zu laut ist, ich nicht zu laut. Das ist unlogisch. Dass ich nicht zu laut bin, er nicht zu laut ist. Ich hoffe, das passt so. Fick dich. Nee, nee, nee. Ich bin es auch extra light auf meiner Tastatur-Sachen. Alter Junge. Bloß back. Geh zurück. Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Katharina. Jetzt stirbst du, ey. Oh. Kata. Oh, wie dumm ist denn die Behinderte schon? Oh, Alter. Voll aggressiv. Thomas, lachen die, Alter. Die stellt dich... Oh, nee, jetzt sterb ich wegen dir auch noch. Jetzt bin ich wegen dir gestorben. Nee, ich bin nicht wegen dir gestorben, ich bin in mein Heilen gestorben, weil ich einfach nichts gemacht habe, als ich dir gedrückt habe. Tja, wärst du mal mit mir top gekommen, ne? Oh nein, der ist Renga top. Ja, kann es sein, dass Renga von den Jungle... Nee, der hat keinen Buff. Ach, der ist jetzt. Renga ist ja bei eins. Für den Schall. Was hat denn der gemacht? Finde ich cool, dass Katharina die zugelockt hat. Finde ich echt nett von ihr. Warum killst du nicht, denkst? Renga? Jax spielt gerade, wie man Mitte spielt. Man dürft die Ball mal hin und hilft. Wenn die andere gerade tot ist. Sorry. Sorry. War ein bisschen laut. Ja, ja. Alter, mein Kabel liegt an meinen Eiern. Das kannst du vergessen. Ah, sehr nice. Sehr nice, Jax. Ja, Renga hat doch keine Chance, wenn ihr schon Level 6 seid hier. Übrigens war... Was machst du denn? Oh mein Gott, Jax ist tot. Warum springt ihr denn in den Tower rein? Ist ihr bescheuert? Irgendwann ist der beste Cutter. Ey, wir verkackten das wieder in Mitte, Alter. Ich wollte schon so viele Spiele wegen Mitte verkackt. Wir hatten einfach gestartet. Nein, ich dachte, ich stelle. Habe ich sofort gesagt. Dann einfach... Habe ich... War einfach keiner auf der Mitte. Wir haben einfach ohne Mitte gespielt. Halt die Fresse, halt die Fresse. Oh, die kriegen mich nicht. Oh mein Gott. Zurück. Rückruf. Oh, die hat Ulti. Gemacht. Warum? Alter, so, was kaufe ich mir denn jetzt? Ich kaufe mir jetzt als nächstes die Verzauberheimwacht, weil ich glaube, dass... Ich habe auch gerade eine Zahl gefehlt auf Mitte, also... Nein, lass mal. Ich bleib mal lieber noch ein bisschen hier. Ne, ich werde jetzt erstmal... Boah, bin ich heute durch. Und ja, Katharina ist Level 9 und uns ist 5. Oh, ich glaube ja, das ist das hier. Puh. Mir doch egal, was alle anderen wollen. Komm doch jetzt mal mit mir top. Komm doch jetzt einfach mal mit mir top. Real. Doch. Ey, ich verliere... Wir müssen zwei auf Mitte spielen. Ich verliere die Top-Landie aber gerade voll. Gegen Rengar. Rengar ist mittlerweile auch Level 4. Ich weiß. Ey, das ist komplett die Spießverkarten. Man kann gleich Surrender-Train machen. Kann Katharina überhaupt nix und Top kannst du auch gar nix. Nix gegen dich, ne? Aber ich habe jetzt wenigstens jemanden getötet. Stirb doch, Mann. Rengar, komm wieder. Rengar, komm wieder. Ey, Rengar, ich fick dich, Alter. Wenn er sich wiederkommt, ich hasse ihn. Alter, ich hasse ihn so sehr. Hallo? Hallo. Es rauscht. Äh, scheiße. Immer noch? Nein. Nicht wirklich. Okay. Oh mein Gott. Ich muss mich in Ruhe. Hahaha. Ich liebe den, Alter. Ich finde ihn so genial. Ich muss ihn mir unbedingt kaufen. Das ist der Chef, den ich mir als nächstes kaufen werde. Aber ich kann ehrlich sagen, ich finde ihn so geil. Er hat ja schon auf sein Privatkonto geguckt. Das ist auch der Chef, den er als Überraschung entspielen wollte. Und da er jetzt gerade kostenlos ist und er nicht wieder Bock hatte auf... Gerrit. Ja, darum. Achso, wer will helfen? I need help. Nee, Jax braucht Hilfe. Nee, ich brauche Hilfe. Ja, Jax braucht, habe ich gesagt. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich brauche Hilfe, Alter. Die haben den Tower jetzt. Was machst du den? Ich komme ja schon. Hier, es ist doch. Der sagt doch auch, help top driven. Helps haben wir alle. Ich werde doch sch... Äh, läuft bei der, Mann! Oh, nee. Warum hast du jetzt gefehlt? Oh, oh, gleich kommt. Ja, ich bin beim Jungle gerade gefehlt. Das wird nichts mehr. Es ist echt nicht wie ein Tipp. Oh, ich habe eine Nacht gestritten. Nee, 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 Freunde. Weg da, weg da. Hau ab, scheiße. Ich bin tot. Mann! Oh, das war ärgerlich jetzt. Das war nochmal richtig ärgerlich. Na toll, den Tower haben die jetzt auch, oder was? Für mich ist das richtig ärgerlich. Aber ich meine, ich stehe 1-1, also es geht noch. Ich habe das dann komplett verkackt, ey. Ja, das ist voll scheiße, Solo-Top. Das geht voll nicht. Vor allem mit Höfen nicht. Du wolltest unbedingt mit mir, die Tituschen. Ja, ich wollte auch Top, aber ich hätte jetzt gedacht, es kommt doch jemand anderes. Du sollt Top kommen. Das regt mich gerade von auf. Nein, 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 nein. Was, 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 was? Ich habe dich, Akkus, ich verstanden. Ey, warte, bin ich behindert? Achso, das geht gleich nicht bei mir. Boah, Junge, Jax. Was hat Jax denn bitte für einen Farm? Der hat einen Farm von 7. Oh! Wie geil! Oh Mann, den wollte ich gerade töten. Hey, die laufen gerade bei mir, wenn mir lagd alles. Herkommen, Freundchen. Ja, Surrender, Trenty. Denkt nix. Guck mal auf, ob die Kasse defeated ist. Okay, das stimmt. Das ist krass. Boah, dieser Kack-Ringer, ist der abgehauen oder was? Wo ist denn der hin? Wo ist Ringer hin, Alter? Arrr! Der hat sich wahrscheinlich mit seiner Ulti unsichtbar gemacht. Okay, das kann sein. Scheiße, Mann! Der wäre sowas von tot. Hätte ich mal meine Wege setzt. Hätte, hätte liegt im Bette. Ja, ja. Ah, ein Beschwörer ist zurück im Spiel! Ab jetzt gewinnen wir das Spiel. Umso schlimmer. Ja, irgendwie schon, ne? Das ist nicht so gut. Ah, jetzt... Oh! Geh weg, nein! Wollte ja Jax helfen, aber kann ich nicht helfen, wenn es bei mir so lagd. Lass mich in Ruhe. Fick dich, Riven. Ne, ne! Nein! Alter, Riven mach mich nicht aggressiv! Sie kriegt mich eh nicht. Haha! Ich find das so geil, wenn ich nochmal 70 Leben oder so überlebe. Ich liebe dieses... Dieses, dieses, dieses... Wie heißt das? Dieses Dings da. Er hat heute mit 30 Leben überlebt. Nice. So, sehr schön. Jetzt, das da. Hab ich Bilgewasser-Enter-Messer. Und als nächstes kaufe ich mir das und dann das. Und dann hab ich die Klinge des gestürzten Penis. Das gestürzten Penis. Was ist denn die aktive? Das Lauftempo! Ja, geil! Haha! Da werd ich mal früher drauf kommen müssen. Das ist ja voll geil. Oh, Katharina, was machst du denn da? Ah, Katharina ist tot. Nee, sie lebt noch. Ja, die ist ja gleich tot. Die wird von Rengar und Riven verfolgen. Jetzt ist sie tot. Helf dir doch mal! Wenn mir leckt das, Alter. Das leckt richtig von mir. Was? Was ist mit dem Internet los? I don't know. Fick dich, fick dich, fick dich! Oh mein Gott. Ey, ich kriege Angst, ich kriege langsam echt Angst. Das geht mit Solo Top. Das wird nix. Bei mir wird das nix. Als wenn ich was direkt hier. Wie viel Adas, 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 wie viel Adas. Da macht die Adas, wie viel 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 Adas. Kriegt auch noch die Fräische. Als nächstes ganz ehrlich, ich kann mir das jetzt Heimwacht. So oft wie ich hier dann zurückdürfen, die ist so oft wie ich hier dann zurückdürfen und die Base muss, dann lohnt sich Heimwacht echt. Da muss ich die ganze Zeit warten. Ich komme, Riven, I am eiling you zur Hilfe, aber Riven kommt von unten, ne? Die andere. Jetzt müssen wir mal so gut gesagt, dass hier... Oh Gott, ja, das ist auch ein Ruhiger. Nein, die zu lecken, dass hier so... Oh ey, zum Glück, lebe ich noch. Nein! Oh! Oh! Oh Gott, das ist so. Nein, allah, hältst du das? Ich bin ein Millimeter ausgeglichen. Mit meiner Ehe. Ey, die ist ja blöd, die ist so gescheuert. Habe ich zwei Freakills bekommen. Danke, ja. Naja, okay, danke. Sie dir vorbereitet. Sehr schön, das ist so gut gemacht. Ne, echt fand ich sehr nice von dir. Diese perfektionierte Vorarbeit war unglaublich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie Genie ist die war. Die war richtig bombastisch gemacht, ey, wirklich. Die war unglaublich, die war wunderbar. Die war unglaublich, ne? Unglaublich. 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 Unglaublich, nein, du musst nur... Deutsche Führer! Ich sitze, ich liebe und lese AGBs. Mit was? Ich sitze hier und lese AGBs. Verrückt. Ja. Richtig. Ey, ich brauche irgendwas, was Mana bringt. Oder Mana Regeneration. Ich glaube, ich kaufe mir als nächstes hier. Wie heißt das? Äh, Mana... Alles, nimmst du Mumu ab? Amamumu? Mana Mumu? Nein. Mana Mume. Mana Mune. Und dann... Und dann... Als erstes Trainer der Göttin, dann Mana Mune. Alter, der hat ja eine Ulti gesetzt. Nein. Fick dich. Lass mich schon in Ruhe. Fick dich. Warte, 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 überlebt noch, überlebt noch, überlebt noch. Ja, das krieg ich hin, doch, das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Bam, Junge. Nein, krieg ich nicht hin. Ich bin tot. Irgendjemand von Dindo live? Nö. Ich bin tot. Das ist doch knapp, ey. Habe ich extra nicht geklaut, den... Ich habe extra ein Tauer werden killen lassen. Kaube ich mir jetzt noch nicht. Oh, danke, jetzt habe ich einen Kill bekommen. Sehr schön. Oh mein Gott, schauen wir mal, was auf Bot abgeht. Auf Bot, was machen die denn da? Nein, 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 nicht mit mir. Alter, warum holt denn niemand Twitch? Twitch ist doch nur noch dritt live. Ist das bei uns ja mein AFK, oder wie sehe ich das? Nee, ja, nee, weil sie bei uns wohl richtig krass gefiel ist. Ja, das stimmt, vor allen Dingen Katja, wollte ich gerade sagen. Ja, weil die einfach... ...mix gemacht. Wie sieht schon Katja jetzt aus? Mit ihrer Größe. Ey, der soll sterben gehen, Alter. Ey, du hast das so dumm, ne? Mit full life und 104, ähm... 104 Rüstung einfach mal vor mir weg, Alter. Oh, scheiße, jetzt geht Katja auf mich. Vergiss es, Rengar. Mich kriegst du nie nochmal. Ich schau dir ins Gesicht und denk an Regenböden, die sind wenigstens schön, nur dein Face ist störend. Ja, ich musste da noch so ein bisschen erzählen, aber wo ist das? So, 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 so. Hilfe nochmal, Hilfe nochmal jemand hier, ey. Guck mal, jetzt! Der ist so gut für den Toten, jetzt kommt Mundo. Jetzt kommt Mundo und klaut mir den Kill. Nee, ich hab hier nicht aufkommen. Oh, danke. Er hätte ihn extra nicht geklaut, der ist nett. Der ist cool. Den mag ich. Oh mein Gott! Der ist ja schon lange wiederbelebt, das ist ja 30 Sekunden her. Alter! Oder hat die schon Stiefel? Oder, also was heißt schon, hat die Stiefel? Ach so, daumen ist sie so schnell zurückzukommen. Ich verstehe ja auch. Nein! Nein! Ja, läuft dann, ja. Riven vs. Riven. The Battle of the Battles. Bam! Jawolle! Oh, girl! Das war die Gigafase-Bundes Jahre. Das war ja richtig geil gemacht, ey. Das war ja voll GG, Junge, was los? Bam, girl. Wenn du schön bist, tattoo' ich dein Gesicht in mein Gesicht. Boah, das ging ja gar nicht, ey. Ey, guck mal, Katharina, die ist schon über 6, Mann. Ne! Krass, ey. Die läuft jetzt einfach durch den Kill, alle mit ihrer Ulti. Alter, guck mal deren Kata. Der hat einfach schon 255 Ability. Das ist einfach schon in der Fall. Ich checke öfters wieder eine gute Runde von mir im Jungle, aber nein. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Los geht's. Bam, girl. Wenn du schön bist, tattoo' ich dein Gesicht. Aber wenn du hässlich bist, dann kannst du das vergessen. Jacks stirbt gerade. Jacks ist gerade gestorben. Bam, girl. Wenn du hinweißlich bist, zieh ich dein Gesicht in mein Gesicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Katharina kommt. Da kommt die liebe Katharina. Komm schnell, komm schnell. Haut dein Ulti, wenn du das hast. Hab ich. Aber das bringt ja nichts. Hab ich doch, aber ich bin tot. Oh, toll ey. Ich hätte fast nur mein Ulti raus, dann hätte ich noch zwei gekält, aber nein. Alter, was war denn das bitte schon wieder? Wie geil ist das denn, Alter? Guck mal, was die geschrieben haben. Kata ist wieder da. Jacks, erst mal Kata gehen, bitte wieder. Ja, ist das denn einer? Ja, ja. Ja, das biggest Fail, was es gibt, Alter. Sorry, Computer, you fail. Ähm, girl, man, du willst, was macht denn Katharina da, ey? Die ist so schlecht. Oh, ich bin wieder da. Lass surrendern, ey, jetzt, warte. Nee, nix, surrender. Doch, das ist Fail, lass neue Aufnahmen noch machen. Nee, nix, die Aufnahme lade ich hoch. Ja, kannst ja hochladen, aber noch ne neue, falls ich darf. Eine neue, wir können ja gleich gerne noch eine machen. Ja, aber, aber ich muss gleich noch, ähm, eine Runde Black Ops 2 aufnehmen. Ja, kannst ja dann nachmachen. Sonst weiß ich, hier bitte noch Affen. Ja, Mai, auch danach noch. Alter, die Katharina wurde ja richtig hart gefeedet, ey. Okay, das geht ja voll nicht klar. Ich weiß, es ist allgemein, wenn ich gegen eine Katharina spiele, weil ich weiß, dass Katharina aufhört ist. Jetzt aber jetzt, Mann, wie die voll kaputt, Junge. Oh mein Gott. Oh, Hilfe. Komm jetzt, komm jetzt. Ich bin hier. Gerundo, rein da jetzt, du bist der Tank. Mundi. Amga. Warte, ich mach jetzt einen. Boom, aha, ich hab getötet. Was tötet denn keiner die... Oh, Alter. Es macht echt noch Penta, ne? Ich seh's jetzt schon. Die ist ja tot. Mundo. Ich glaub, es wird wahnsinnig bei diesem Spiel. Das geht überhaupt nicht. Weil, ja, Gott, bleib nicht sterben, der Doktor Mundo hier, eigentlich. Läuft bei dem. Mein Gott, wie dumm ist denn der? Es bleibt da drinstehen, meine Damen und Herren, ne? Na, Teil, Doktor Mundo ist auch tot und ich bin, ja gut, ich bin 80 km da. 5, 4, 3, 2, 1, und Null. Ey, jetzt kommt Katharina. Katharina, kommt dich auf Eingriffsschaden. Oh mein Gott, guck sie mal an. Geh weg. Geh weg. Guck mal, Katharina. Das ist mir, Katharina, das ist mir immer so was, schon scheißegal, Alter. Ne, klick mal kurz drauf. Damit alle sehen, bumm dir ist, Alter. Die kommt hier auf Eingriffsschaden. Katharina braucht Ability. Was, 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 Moment. Geh links, auf Katharina. Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, können wir mal zurückspulen und auf Pause machen, dann könnt ihr euch das mal genauer angucken. Die kommt hier auf Angriffsschaden. Das ist schlecht, ne? Das ist nicht so die Leuchte, glaube ich. Ich setze das einfach mal in meine Ulti rein, YOLO. Alter. Fick dich. Ne, 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 ne. Hey. Hey. Bro, du bist ein bisschen süß, so wie ich dein Gesicht, dein Gesicht, dein Gesicht. Warum ist die plötzlich hier bei mir und warum nicht kein Bild einsetzen und warum fühle ich mich weit? Oh, Rippen ist da oben. Oh mein Gott, da kommen jetzt auch Rengar? Sag ich doch, sag ich wusste es. Scheiße. Hey lol, Rengar, stehengeblieben. Achso, ja. Dann bin ich da drauf. Oh. Boah. Ey, mir hängt das so aus, ey. Alter, diese Runde geht gar nicht, ey. Ich weiß, weil ich nicht spielen kann, mein Internet, das ist einfach mal so nicht da. Okay, die Runde geht eigentlich, aber... Pass, die Verbindung wieder hinzustellen, das heißt, mein Internet ist jetzt weg. Ja. Oh, Jax, hol dir Riven. Du kriegst ja wenigst Riven. Geh weg, geh weg, Jax, geh weg, geh weg, geh weg. Äh. Hat mein Bruder schon wieder ausgemacht, oder was geht? Oh, ey. Oh mein Gott, Riven ist gleich tot und wenn ich jetzt wiederbelebe bin... Ach, einfach mal tot, den kann ich ja. Dann werde ich Riven töten. Glaub ich. Oh, mir geht gar nicht. Ich töte jetzt noch Riven, Alter. Stirb, du Opfer. Oh, ey. Yo, ulti! Oh. Bin ich jetzt noch gestorben, oder nicht? Ja, gut, bin ich noch gestorben. Entdeckt alles. Okay, dann bin ich bei euch für's Zuschauen. Ich hab, ihr habt diese Runde genossen mit Lucien, eine Proberunde. Was heißt Proberunde? Ich hab da ja auf meinem... Ouch. Auf meinem privaten Account spiel ich ja mit dem öfters. Die Runde war ein bisschen kacke mit Solo-Top und nächstes Mal kommst du mit mir. Top, dann spielst du keine Ahnung was. Wir nehmen jetzt gleich noch eine Runde auf und ich sage, wir sehen uns bis gleich. Haut rein. Ciao. Tschüss. Ciao.